Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu O-News, eurem Podcast-Format von O-Schuhen am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und im Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit. Wir starten mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check! Wenn Carhartt und New Balance was machen, dann ist das ehrlicherweise die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Mit dem anderen kann man dann aber auch recht schnell erkennen, dass es in diesem Falle ein 990 V1 und viel Suede Navy geworden ist und wie für NB typisch mit nur kleinem Logo-Branding auf der Zunge. Kommt heute. Drizzy Drake's Nike Nocta Hot Step bekommt heute das Black & Gold Treatment verpasst. Und auch der Air Jordan 3 bekommt nach dem FireRed OG in der letzten Woche heute ein bisschen lila in Form des Dark Iris. Immer mehr Fans kann die Running Brand On um sich versammeln und sich nun vielleicht noch tiefer in die Sammlung der Sneakerheads laufen, denn heute droppt On gemeinsam mit Retailer Bodega einen exklusiven Cloud Nova Z5 mit dem Nickname Fermented Burgundy. Das trifft es auch ganz gut, besteht der Colorway doch unter anderem aus Burgund sowie Schwarz und einem braunen Sockliner. Der Retail-Preis liegt bei 180 US-Dollar. Animal Print plus Superbunt, so der neue Adidas HU-NMD, der am Samstag erscheint. Kostenpunkt 220 Euro. Bei der Jordan Brand gibt's dann schwarzes Denim und hellbraunes Leder auf dem Air Jordan 1 High. Der nennt sich dann Wadjeta 10 und passt ehrlicherweise ganz gut in den anstehenden Herbst. Overkill Goes Miami Beach Gemeinsam mit Puma bringt der Berliner Retailer am Sonntag eine neue Colab auf dem Markt, die sonniges Wetter channelt und einen in die Zeit der TV-Serie Miami Weiß katapultiert. Für den Puma Slipstream Low Ocean Drive wählte man dauer ein weißes, softes Premium-Leder für das Upper, das durch ein Glattleder-Lining in rosa ergänzt wird. Der Formstripe ist aus hellblauem Suede und ebenfalls in rosa eingefasst. Details wie speziell designte Zungenlabels und Innensohlen sowie geprintete Co-Brandings im Miami-Weiß-Stil auf den Fersen runden den Schuh dann ab. Der Blaze of Glory zeigt im Vergleich zum Slipstream Low noch mehr Farbe. Das Upper aus verschiedenen Materialien wie Glattleder, Suede, Nylon und Pinstripe-Mesh ist in einem hellen Blau gehalten, ergänzt wird die Farbgebung durch rosa Akzente. Beide Schuhe kommen in extra-designten Boxen beim Blaze of Glory in einem dreieckigen Sonderformat. Dirty Denim heißt es dann am Mittwoch bei Nike und dem Air Max One. Der bekommt aber nicht nur das Britney-Justin-Treatment verpasst, sondern trägt auch einen Mini-Swoosh auf dem Mudguard. Lieben wir ja diese kleinen Mini-Swooshes. Und am Donnerstag erscheint dann noch ein Air Jordan 1 High, und zwar der orange-braune Starfish, der von einigen auch als nunmehr vierte Version in der Shattered Backboard-Reihe angesehen wird. Kommen wir zum Faith Cop der Woche, da sage ich, passe. In other news, first look. Tim von Pata verriet es vor drei Wochen in unserer 113. Episode bereits, es wird eine Colab mit New Balance auf dem 990 V3 geben. Nun sind erste Bilder geleakt, und so kann man nun sagen, dass es viel Grün-Graues Grün-Grau und etwas Neon-Grün geben wird. Wann der Schuh das Licht der Welt erblickt, ist noch nicht raus, aber wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Außerdem bin ich nächste Woche wieder in Amsterdam, mal schauen, was ich da so von Tim Pata in Erfahrung bringen kann. Der Hype rund um den New Balance 550 ist ein klein wenig abgeklungen. Der Hype rund um seinen großen Bruder, den 650, der ist ehrlicherweise noch gar nicht so richtig gestartet. Ein Grund mehr, dass nun zeitnah und passend zum kälteren Wetter neue Colorways der Basketball-Silhouette auftauchen werden. Unter anderem in White-Grey-Cream, White-Green, White-Blue, White-Red und White-White. Mehr dazu in den kommenden Wochen. Wann genau die Colab zwischen New Balance und Palace Skateboards erscheinen wird, ist noch unklar. Nun sind aber erste Fotos des NBMT 580 aufgetaucht und die zeigen viel lila und teal, ein bisschen gelb und grau und ein Logo-Schriftzug auf der Ferse. Wir sind gespannt. Italiens finest Slam Jam hat eine Colab mit Vance angekündigt, ebenso wie die aus Kanada stammende Skateboard-Brand Dime. Steht beides im Coming Soon. 2003 für eine Auktion zerschnitten, jetzt mit durchsichtigen Plastikparts wieder zusammengenäht. So nun wohl die finale Version des legendären Nike SB Dunglow eBay, der ja voraussichtlich noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll. Verstehe die Idee dahinter komplett, aber wie man einen unfassbar bunten Schuh, der jetzt auch noch durchsichtige Side-Panels hat, auch wirklich tragen soll? Ja, diese Frage stelle ich mir schon. Wir werden es sehen. HörerInnen unseres Podcasts wissen es bereits seit unserer letzten Episode, Amsterdam-Based Brand Filling Pieces wird zeitnah eine Colab mit ebenfalls Amsterdam-Based Brand Daily Paper droppen. Die hatten zuletzt ja mit ihrer Trikotzusammenarbeit mit Adidas und Ajax Amsterdam für Furore gesorgt. Damit aber nicht genug, wird Filling Pieces auch mit der Uhrenmarke IWC kooperieren. We keep you posted. Wenn schon, denn schon. Hatten wir in der letzten Folge den Streit zwischen Yey, formerly known as Kanye West und seinen Kooperationspartnern Adidas und Gap auseinander zu subtrahieren versucht, hat Yey nun in einem Interview klargemacht, dass, sobald die Verträge ausgelaufen sind, auch Schicht im Schacht sei. Bedeutet, Ende von Yey Adidas in 2026 und Ende von Yey Gap in 2030. Bis dahin kann sich aber natürlich noch einiges ändern, kennen wir ja. Und ob der Adifoam Q, dessen Release letzte Woche gecancelt wurde, dann doch noch kommt, das bleibt auch noch abzuwarten. Außerdem verdichten sich Gerüchte über eine Kollaboration zwischen Kors und Musiker und Ex-Yey-Kumpel Kit Cuddy. Und Pharrell Williams hat sich mit dem Marketing- und Kommunikationsunternehmen Adelman und dessen dazugehörigen Agentur UEG zusammengetan, um Mighty Dream zu gründen, eine Agentur für kreatives Engagement. Zusammen wolle man Arbeiten produzieren, die sich vor allem sozialen Themen von People of Color widmen, unter anderem Aktionskampagnen, Produktentwicklungen und politische Initiativen. Im Fokus steht die Lösungsfindung für systemische Probleme wie psychische Gesundheit, Nahrungsmittelknappheit, Kreditvergabekriterien und Wohneigentum. Außerdem im Coming Soon. Palace Skateboards mit Engineered Garments, Gucci und the North Face Teil 3, Babe mit Comme des Garçons CDG, Ambush mit Levi's, Uniqlo mit Helmut Lang, Montclair mit Salehi Bambury, Denim Tears mit Skepta und Fila mit Hyder Ackerman. Gut, was los? Und habt ihr die Fallshow von Tommy Hilfiger in New York gesehen? Preppy komplett durchgespielt? Feier ich. Die Teile sind ab jetzt zu haben. Und nachdem Ant gerade erst ihren vierten Store in England und damit in Manchester eröffnet haben, soll noch dieses Jahr der Sprung über den kleinen Teich stattfinden und ein Store in Mailand soll aufgemacht werden. Para und Pata gehen seit Jahren Hand in Hand, waren einst im selben Gebäude ansässig und haben sich nicht nur einmal bei Projekten supportet und zusammengearbeitet. Jetzt haben sich die beiden niederländischen Instanzen mit einer weiteren zusammengetan. Avant Art. Gemeinsam werden sie vom 22. bis zum 24. September ein von Para gefertigtes Werk namens When the Smoke Clears verkaufen. Preis 250 Euro. Die Erlöse gehen dann an die Pata Academy, die Young Entrepreneurship supportet. Außerdem gibt es ein In-Store Release am 24. bei Pata. Dort sind dann auch unter anderem limitierte Shirts zu haben. Die Erde ist jetzt unser einziger Aktionär. Mit diesem Statement hat Patagonia-Gründer Yvon Schoenard sein milliardenschwere Brand an eine gemeinnützige Stiftung übertragen. Alle Gewinne sollen nun in den Kampf gegen den Klimawandel fließen. Allein in diesem Jahr wären das 100 Millionen US-Dollar. Ein durch und durch beeindruckender Move, wie ich finde, bei dem man nur hoffen kann, dass er Früchte tragen wird. Und die hiphop.de News der Woche beschäftigt sich mit der Frage, ob Social Media Fluch oder Segen für die Hiphop-Szene sei. Alles dazu wie immer auf www.hiphop.de. Und die besten Songs gibt es natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist High-Fives and Stage-Dives. Solltet ihr hören, solltet ihr folgen. Die Frage der Woche. Jede Woche stellen wir euch die Frage der Woche, powered by StockX. Und unter allen Einsendungen per Instagram DM, Facebook Messenger, YouTube-Kommentar oder E-Mail verlosen wir am Ende des Monats einen Sneaker eurer Wahl im Wert von 250 Euro auf StockX. Vorausgesetzt, ihr schickt uns eure Antwort und teilt diese Folge auch in eurer Instagram-Story und verlinkt uns, damit wir das auch sehen. Und wer das regelmäßig macht, steigert natürlich seine Chancen. Ihr wisst. Die Frage der Woche lautet, welchen Podcast hört ihr neben O-Schuhen und O-News noch? Jetzt ist Zeit für ein Shoutout. Slidet in unsere DMs. Wir freuen uns auf eben diesen. Letzte Woche hatten wir gefragt, wer hat Recht? Yay oder Adidas? Das Statement der Woche kommt von AdClemens.cy. Man kann eigentlich nicht wirklich sagen, wer Recht hat, weil wir den Vertrag nicht kennen. Ich denke mal, auf beiden Seiten wird das nicht so gelaufen sein, wie sie sich das vorgestellt haben. Und es gibt eigentlich nur Verlierer in diesem Streit. Statement. Last but not least. Sonntag erschien die 114. Episode von O-Schuhen. Und in dieser haben wir euch den Gründer eines Millionen-Dollar-Unternehmens ins Interview geholt. Und zwar Guillaume Filibert von Filling Pieces. Wie die Brand seit Gründung 2009 High-End Fashion mit Streetwear connected, einen der größten Sneaker-Hypes der letzten Jahre entfachte und warum Guillaume dieses Jahr nicht nur designt und eine Brand leitet, als würde das nicht ausreichen, sondern auch Teil der Jury von Hollands Next Topmodel ist. All das und noch vieles mehr in Episode 114. Noch nicht gehört? Nachholen. Außerdem läuft aktuell noch unser Giveaway von einem Air Max One Wave aus dem Nike Air Max One The Wave Pack von und mit Pata. Wem also noch einer in der Sammlung fehlt oder wer einfach nur sein Glück versuchen möchte, das Giveaway auf Instagram läuft aktuell. Und an dieser Stelle ebenfalls nicht unerwähnt wollen wir die Freude darüber lassen, dass der O-Schum-Podcast endlich auch live und in Farbe zu sehen sein wird. Und zwar auf dem riesigen Lollapalooza-Festival in Berlin. Das findet am 24. und am 25. September in Berlin statt und wir werden am Sonntag von 11 bis 12 Uhr auf der Bühne sein. Danach kommen dann noch Casper, Seed, Drangsal, Paula Hartmann und so andere kleine Acts. Also keine große Sache. Wir werden auf jeden Fall auch einen Livestream unseres Live-Podcasts anbieten. Merkt euch daher schon gerne den Sonntag und 11 Uhr vor. Und danach droppt dann übrigens auch schon unsere nächste Podcast-Episode mit niemand geringerem als Armand Manier und Social-Status-Gründer James Wittner. Es wird also ein richtiger O-Schum-Sunday, wenn ihr den Bock habt. Wir würden uns freuen. Und der Shoutout in dieser Woche geht an die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Was für ein unfassbares Viertelfinalspiel gegen Griechenland. Das war Wahnsinn. Fingers crossed für heute Abend und fürs Halbfinalspiel. Das waren die O-News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den O-News und den O-Schum-Podcast kostenlos bei allen Streaming-Diensten hören und überall dort auch folgen. Folgt uns auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Gut gehen lassen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.